Ja, willkommen zurück in einer neuen Aufnahme von The Long Dark. Der lange, dunkle... Ne, das führe ich jetzt nicht weiter aus. Das endet in keiner guten Aussage. Das kann nicht gut enden. Und dann läuft schon wieder ein Wolf. Und ich versuche mal, wie das mit dem Laden funktioniert. Ich habe jetzt noch nichts gemacht. Ich habe noch nichts geklickt. Und ich klicke jetzt das erste Mal nach der anderen Aufnahme wieder drauf. Und es startet sofort. Perfekt. Und wir sind immer noch durstig. Durstig, durstig, durstig. Ich habe nichts hierfür. Was ist denn? Habe ich nicht noch irgendwas an Essen? Ich brauche Futter. Food and Drink. Ich habe Pork Beans. Ich habe Water. Ein Kilo Water. Ja. Drink, 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 drink. Trinkt er alles oder trinkt er nur ein Bisschen? Jetzt habe ich keinen Durst mehr. Hat er denn alles getrunken? Ah, okay. Da sind immer noch 0,5. Okay, der macht dann einmal voll. Verstehe. Verstehe, 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 verstehe. Jetzt habe ich Hunger. Ach, irgendwas habe ich immer, ey. Salty Cracker. Die haben ganz schön viele Kalorien. Die würde ich sagen, ziehen wir uns mal rein. Und Pork and Beans ziehen wir uns auch mal rein. Dann haben wir nichts mehr. Wir müssen jetzt auf alle Fälle gucken, dass wir was zu fretten kriegen. Und was zu trinken. Und auch irgendwie alles andere, weil wir nichts mehr haben. Was dann bedeutet, dass wir verhungern. Was nicht gut ist. Erschöpft sind wir immer noch. Ich könnte harvisten. Was könnte ich denn? Ah, das dauert immer so lange. Ne, 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 ne. Da verliere ich wieder nur. Holz ist auch kacke. Ja, die Karte geht eh nicht. Okay, die muss ich wieder mitnehmen, für alle Fälle. Und ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Scheiße. Ich hätte mal auf Uhr gucken sollen. Also, auf Uhr ist jetzt hier relativ, aber... The Outdoors. Atlet. Ah, okay. Es hat ein bisschen gedauert. Colder. Was sagt denn die Temperatur? Minus 10. Das geht ja fast noch. Ich wollte beim letzten Mal... Ne, fecht ganz schön der Wind. Äh, wieso brauchst du First Aid? Für was? Hier, das ist gar nichts. Ach, und unsere... Einen Tag, sieben Stunden. Das größte Achievement, was man kriegen kann bei Steam, ist übrigens 40 Tage. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich brauche auf jeden Fall jetzt irgendwie... Was zu fremden. Problem ist, dass wir die Häuser schon alle geplündert haben. Das heißt, da gibt es auch nichts mehr zu holen. In den Häusern. Und ich sollte mehr am Rand laufen, weil da ist es ein bisschen wärmer. Hier so, wenn ich mich so an den... Hier ist es, ne? Könnte man ein Feuerchen machen. Ja, 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 komm. Mecker nicht rum. Da ist ein Reh, das kann ich nicht jagen. Upsala. Colder. Komm ich hier hoch? Nein. Ich bewege mich gerade Richtung dieses Tunnels, falls ihr euch erinnern möchtet. Wer war da hinten? Ich renne mal hier so ein bisschen über die Berge. Ein bisschen durch den Wald. Weil das zumindest einen Hauch von Schutz bietet. Also zumindest gegen den Wind so richtig nicht. Aber ich kann es mir zumindest einbilden. Wie viel Grad haben wir? Minus 10. Das geht ja sogar noch. Erschöpft sind wir immer noch genauso. Das ist logisch. Wo komme ich da oben hoch? Nicht wirklich, ne? Ich will gar nicht ausprobieren, ob es hier Fallschaden gibt. Aber das ist ganz schön weit weg. Aber da hinten ist es. Und wo geht es da hin? No one knows. Ich hoffe, da geht es oben weiter. Das sieht aus wie eine Lok. Das sieht irgendwie ziemlich aus, als käme man da gar nicht durch, durch die Tunnel. Äh, ich habe einen Wolf gehört. Habt ihr den auch gehört? Der kam von da, glaube ich. Ich wollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Momentan ist es ja noch hell draußen. Da kann mir also nicht viel passieren. Aber ich muss den Weg auch wieder zurück. Wo und ich kann es ja nur da drin... Ach, da ist ganz viel Holz. Okay, aber das scheint schon ein bisschen länger. Außer Gefecht zu sein, weil bei dem ganzen Schnee, der ja auf der Strecke liegt. Wie weit man ja auch gucken kann in dem Spiel, ne? Das ist echt krass. Wenn du überlegst, wie weit der da hinten weg ist. Heftig. So sichtweitenmäßig ist das ziemlich geil. Tunnel Collapse. Klingt alles nicht gesund. Huf mal da hoch. Äh, hab ich da gerade was gesehen? Hat sich da unter mir gerade bewegt? Ich bin eingebildet, ne? War nur ein Grafikglitch, ne? Scheiße, der Tunnel ist echt. Minus 11. Hier geht's offensichtlich echt nicht weiter. Mist, ey. Ich kann mir gar nicht mehr runter. Verdammt. Da kommt man echt nicht rein. Ach, wie ärgerlich. Ha. Hier ist ein warmer. Das ist aber nicht wirklich warm. Colder. Ja, ja, ist klar. Hm, ich könnte hier mit, hm. Na, kalt, kälte geht eigentlich. Komme ich nicht weiter. Scheiße. Ich dachte, hier würde irgendwas rumliegen. Aber hier ist nix. Ärgerlich. Also. Machen wir jetzt auf die Suche. Ich hab nur nix. Hunger und. Das klingt wie so nach Menschen, die da schreien. Aber. Bisher habe ich nur tiefgefrorene gefunden. Das klingt wie ein Wolf gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Minus 11. Der Wind, der nimmt irgendwie gerade zu, hab ich das Gefühl. Der Wind nicht weniger. Ah, man kann den Berg hochlaufen. Seit wann geht das denn? Hm, man kann auch wieder runterlaufen. Schön. Will ich mir das ein oder klingt das irgendwie so nach... nach Wolfsrudel. So, hier ist nix. An Wölfen. Hier sind hoffentlich auch keine. Aber sie gerade sieht ganz gut aus. Was liegt da? Da liegt was. Ist das ein Mensch? Was ist das? Was ist das? Ach nein, wie geil. Da liegt tatsächlich jemand. Perfekt Wasser. Okay, auch okay. Können wir auch gebrauchen. Ach, nix Gescheites. Durstig bin ich nicht, ne? Ich könnte mir hier in der Ecke ein Feuer machen. Ob das eine gute Idee ist, ist nur eine ganz andere Sache. Vielleicht sollte ich mal da oben hochlaufen, damit ich mal sehe, wo ich hier gerade bin. Ich bin hier ja ziemlich... Oh, ich hab unter 2000 Kalorien. Hm, ich renne immer so viel. Ich renne immer viel zu viel. Das ist das Problem. Okay, hier ist eine Klippe. Die Karte scheint ganz schön groß zu sein. Ich hab keine Ahnung, wie groß die überhaupt ist. So. Also sicher sieht anders aus. Oh, mir ist ziemlich kalt. Hm. Ich muss jetzt einmal durch den kompletten Canyon da. Der, äh, glaube ich... Ziemlich, äh... Fröstelig ist. Warte mal, was haben wir denn hier noch für... Scheiße. 0,7. Die hat keine Kalorien, ruhigerweise. Ich muss... Ich muss weiter. Keine Chance. Kann nicht stehen bleiben. Nicht mal für warm. Max's Last Stand. Oh, hier ist Max. Wie's aussieht. Das war wohl mal Max. Ach, wie geil ist die denn? Ah, ne Down-Ski-Jacke. Die ist super ohne Flair. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ach, wie ehrlich. Moment, Moment. Wo hab ich die Down-Ski-Jacke? Ähm... Clothing. Down-Ski-Jacke. Wo hab ich denn an? Gerade im Moment. Winter-Code. Play 2, 2. 0,5. Okay, meine ist viel besser. Verdammt. Jetzt wird mir auch kalt. Das war ja klar. Muss sehr passieren. Ja. Jetzt wird's kalt. Dann wollen wir mal schnell hier rüber. Und hoffen, dass da irgendwas ist. Da ist ne Hütte. Da ist ne Hütte, da ist ne Hütte, da ist ne Hütte, da muss ich hin. Schnell da rein, schnell da rein, schnell da rein. Ich fürchte, da sind Gräber. Hab ich das gerade richtig gesehen? Hier ist auch eine. Okay, ich kann direkt hier in die Hütte. Äh, da sind echt... Ach, das ist die Szene aus dem Titelbildschirm, seh ich gerade. Guck mal. Und der Ofen ist an. Wieso ist der Ofen an? Ist mir nicht ganz geheuer. Oh, guck mal hier. Hier liegt ein totes Reh. Den kann ich doch mit meinem... Ah, Meat, hier mit meinem Huntingknife. Perfekt. Wie viel kann ich machen? Alles. Oh. Oh, 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 oh. Ich nehm mal alles mit. Ich nehm... Oh, Condition 44, was? Hab ich das denn geschafft? Und... Inne rein. Hier ist nix mehr dran. Die nehmen wir auch noch mal mit. Vielleicht können wir die gleich kochen. Ja, ich weiß, es ist dunkel und alles. Oh, wir sollen uns beeilen. Wir sollen uns sogar sehr beeilen, sehe ich gerade. Oh, Condition 38. Oh, mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt. 37. Oh, das ist nicht gut. Ich beeile mich gerade mal ein bisschen. Trapper's Homestead. Ja, 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 komm, ich weiß, du frierst. Aber da drin scheint es warm zu sein. Da ist zumindest... Ich hoffe, wir dürfen da... Komm da rein. Nicht, dass da irgendein... Uah, ein Reh. Ein Hirsch. Kommt der denn her? Macht ihr mir denn so ne Angst? Ich hab das Gefühl, da wohnt jemand drin. Sonst wäre da zumindest das nicht an. Wir werden sehen. Letzte Chance, die wir haben. Sonst sind wir erfroren. Hier ist keiner. Oh, und hier ist richtig viel Zeug, sauber. Ist hier was? Nein. Was haben wir denn hier alles? Seife. Seife brauchen wir nicht. Perfekt. Military Food. Ich sollte vielleicht nicht alles... Oh, safe. Ähm, erstmal den Ofen anmachen. Ähm, 93%. Reclaimed Wood. Tinder Plug. Ist egal womit. Ja, komm, wir nehmen das. Ich brauch jetzt ne hohe... Ne hohe Prozentzahl, sonst... Äh... Sechs Grad. Sieben Grad. Jetzt haben wir ein Grad hier drin. Ist aber zwei Grad. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es brennt immer nur sechs Minuten, weil das nur so ein Kochding ist. Verdammt. Oh, noch ein Messer. Nehmen wir auch noch mal mit. Ein Bett. Ein Metallcontainer. Na, da haben wir noch mehr von. Was haben wir da mit? Ein Workbench. Beef Jerky. Und simple Tools. Äh, crafting and repair. Wiegt ein Kilo. Ist nicht so gut. Ah, Plastikcontainer. Mal gucken, hoffentlich filmen wir was gescheites. Da war gar nichts drin. Ist auch super. Matches. Was sind die hier? Candy Bar. Perfekt. Und noch ne Flare. Und nix mehr. Ah, First Aid geht sauber. Ist noch mehr. Ich glaub, die guten Sachen kommen jetzt noch. Ne Bandage. Und mehr nicht, leider. Und noch ein Tinderplug. Noch ne Bandage. Und noch mehr Antiseptic. Reclaim Boot. Das riecht voll viel, aber das kann ich hier wieder... Ja, ich könnte hier raus auch machen, aber ich hab keine Axt oder sowas. Guck mal hier rein. Komm, irgendwie ne Waffe. Irgendeine Waffe, irgendeine Waffe. Oh, ist das Ding leer? Ich fass es nicht. Okay, ich hab Hunger, ich hab Durst, ich bin erschöpft. Okay, ich brauch irgendwas am Essen. Moment. Food and Drink. Beef Jerky. Uh, das ist nicht mehr gut. Ja, ja, ich weiß. Cook to eat safely. Pineapple Peaches. Eat. Haha, und ich hab meinen Flaschenöffler jetzt sauber. Jetzt kann ich ja auch die 100% davon essen. Ast rein. Den muss ich immer dabei haben. Der ist ziemlich, äh... Was? Äh, boah, 1700. Design to keep a soldier on their feet. Nehmt, wo war ich mir das auf? Schokolade und... Achso, Candy Bar. Ich hab Beef Jerky gerade gelesen und dachte, dass wir mit Schokolade und Nüssen. Äh, pretty much last forever. Ja, ja. 26%. Komm, egal. Zur Not haben wir nochmal Food poisoning. Haben wir aber nicht, glaub ich. Das macht meine... 1.800, das ist immer noch voll wenig. Immerhin ist es so zu warm. Hier hab ich nix. Äh... Forage Wood. Von wat denn? Tools to use. Tools to use. Ebst nix zu usen. Kannst du das nutzen? Kämpfer indoors. Schade eigentlich. Ähm... Ich bin immer noch schwer erschöpft. Oh, wisest du was, bin ja ich blind. Hehehehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehehehe. Oh yeah. Ja.